Aber das Video, was ich mir jetzt erstmal rausgesucht habe, ist relativ bekannt, glaube ich. Also das sollte euch allen bekannt sein. Ist ein langes Video, aber ist egal, schauen wir uns trotzdem ein bisschen an. Wir schauen uns das neue Video von Vanity Fair an als erstes. Die haben ein berühmtes Interview mit Billie Eilish gemacht, wo sie dadurch bekannt wurde. Dann haben die dasselbe Interview, also dieselben Fragen nochmal gemacht, am nächsten Jahr. Und jetzt machen sie das zum dritten Mal, also drei Jahre in Folge, dasselbe Interview. Keine Ahnung, Billie Eilish ist, glaube ich, interessant anzuschauen, weil man halt wirklich so sieht, das ist die erste Generation, die halt wirklich mit Social Media aufgewachsen ist. und halt berühmt wird. Wie entwickelt sich das, was passiert und so weiter und so fort. Schauen wir rein. Das ist die aktuelle Billie Eilish. Die Haare oder so ähnliche Haare, also die grünen, nur noch nicht so rausgewachsen hat, dass sie auch am Frequenzial. 15, 16, 17. Sie sieht hier nicht wirklich viel jünger aus als hier, finde ich, oder? Na, ein bisschen, doch ein bisschen. Aber sie ist nicht wirklich so älter geworden, würde ich sagen. Billie Eilish. My name is Billie Eilish. I think it's October 18th, 2017. It's October 18th, 2018. October 18th, 2019. I'm 15. I'm 16. I'm 17. I have 257.000. I have 6.3 million. 40.7 million. By the way, zu den Instagram-Followern. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie verfolgt habt, aber Billie Eilish hat das krasseste Instagram-Engagement von allen Instagramern. Also ich weiß nicht, ob das irgendjemand von euch jemals schon im Auge hatte, aber Billie Eilish hatte 2017 250.000 Follower, hier 6,7 Millionen und hier 40 Millionen. Die hat 33 Millionen Follower in einem Jahr gemacht. Das ist, glaube ich, das krasseste Wachstum, was es jemals gab. Und noch dazu, was man halt wirklich nicht so im Auge hat, das krasseste Instagram-Engagement. Das können wir kurz auf Social Blade nachschauen. Also die Instagram-User, die am meisten Follower haben. Cristiano Ronaldo, The Rock, Selena Gomez, Kim Kardashian West, Kylie Jenner. Nehmen wir einfach die ersten 5 Mal, okay? 191 Millionen Follower und ein Engagement-Rate von 2,3%. Selena Gomez ein Engagement-Rate von 3,23%. Kim Kardashian 0,73% und Kylie Jenner 3,23%, okay? 3,23% ist der höchste Wert, den wir jetzt gesehen haben von den Top 5 Follower Instagram-Accounts mit 150 Millionen Follower, okay? Billie Eilish, die nicht mal ein Drittel der Follower von Kylie oder irgendwem anderen hier hat, hat ein Engagement-Rate von 12,72%. Das ist das fucking Vierfache von jemandem, der mehr als das Dreifache an Followern hat. Das ist komplett insane. Diese Engagement-Rate ist absolut insane. Schauen wir da. F***ing 2025 sind hier einfach 20 Splitscreens mit den ganzen Interviews. Hau meine Google-Röses hat es von Billie Eilish? Uff. 1,13 Millionen. 9,6 Millionen. 152 Millionen. Holy shit! 152 Millionen. Google-Searches of me. Bing? Who the f*** uses Bing? True. Wer benutzt Bing? WTF? It's a picture of me and Charlie XCX. 69.000 Likes. 2 Millionen. 10,3 Millionen. That's my face. No, that makes me feel good though, because sometimes the most liked picture is like you with like another celebrity or you with somebody else. But that's just me. That's just hard. Ihr grün von den Haaren sieht so sick aus, finde ich. I'd say probably Khalid, which is weird, because he's like just a homie of mine. Oh, Hailey Bieber. Justin Bieber. Young Thug. Justin Bieber. Yo, weird flags. Oh, Taylor. Weird flags. But like Drake, come on. Ha ha. Drake. Drake is like the nicest dude I've ever spoken to. I mean, I've only like texted him, but he's so nice. Also ich glaube, was man, also man merkt so hart, wie sie sich verändert hat. Holy shit. Also jetzt mal direkt so einfach, wie sie, wie sie redet und sie hat sich so verändert, Alter. Jesus Christ. Merkt ihr das auch? Richtig heftig. He does not need to be nice, you know what I mean? He's at a level in his life, where he doesn't need to be nice, but he is, you know? Being Apple's Up Next Artist. Jeez. Jeez. I did Ellen last week. Jimmy Fallon. So many festivals. I met Takashi Murakami. I went to his studio. Fucking... Letztes Jahr Ellen DeGeneres Show. Pixel King, danke für die 10 Monate. Oh cool. So, das war letztes Jahr. Ich bin gespannt, was sie jetzt sagt. Ich glaube, dass sie der jüngste Artist ist, der eine Worldtour geplant hat und die auch noch für den Klimawandel macht. Also gegen den Klimawandel, ne? Dave Grohl's Daughter did a cover of my song. He played guitar for her at the talent show, I think. There's been a lot of shit that's happened in the last year. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Es ist ausverkauft? Wait. Es ist ausverkauft? Holy shit. Was? Okay, nein. Es ist nicht ganz ausverkauft. Mexiko, Brasilien. Okay, Südamerika ist nicht ausverkauft. Und Teile von Dings auch noch nicht von Europa. Das ist crazy. Das ist absolut insane. Diese Tour wurde vor nicht mal drei Monaten announced. Wann ist die Tour announced worden? Vor eineinhalb Monaten oder so? Vor zwei Monaten? Das ist komplett crazy. Kommt die nach Wien? Nein, nein, nein. Die kommen nicht nach Wien. Es lohnt sich nicht nach Wien zu kommen für die. Die hat die Mercedes-Benz-Rena ausverkauft. Cover, L-Cover, V-Cover, Billboard-Cover. Released the album. Had a number one single. Had a number two single for like 16 weeks straight or some shit, right? Biggest selling album of the year. I have Drake's show on that. Wait, echt? Es ist Platz 5. The Greatest Showman hat dieses Jahr am meisten verkauft. Der Film kam letztes Jahr raus. Wait, ist das Post-Melona-Album komplett gefloppt? Bin ich retarded? Achso, nein, warte mal. Vielleicht ist es einfach noch nicht aktuell, ne? Von wann ist denn der Artikel? 2. Oktober 2000. Hä? Wo ist das Post-Melona-Album? Hollywood-Splaining nicht in den Top 40. Okay. My fans, which I don't like to call fans, my, you know, my family, you know. God, I was so annoying then. Finishing this album and doing the most crazy shows I'm capable of doing in the next month. I finished that album, thank the lords above, because I was about to jump off a building to finish that fucking album. Oh my God. Exhausting. Thank God I finished that shit. I can't, honestly, sometimes I think about it, sometimes I'm like, like me and Finneas have had conversations where we're like, can you believe we actually finished the album? I swear to God, we thought we would never finish that shit. Ever. I love that album. Um, probably like a fucking... 10, dude. Ich fand das Album actually nicht so gut. Weiß ich nicht, chat, wie fandet ihr das Album von ihr? Wie fandet ihr 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 Album? Ich fand's actually nicht so gut. Warte kurz, lass mich kurz das Album... 8 zum Beispiel finde ich total schlechten Track. All the good girls go to hell ist ein guter Track. Das war der einzig gute im Album, der nicht schon vorher draußen war, glaube ich. Weil Bad Guy kam als Single kurz bevor das Album gedroppt ist. You should see me in a crown, wish you were gay, when the party's over, bury your friend. Das sind alles die Lieder, die jetzt schon davor waren. Listen before I go ist auch noch gut. Aber ich fand's all in all nicht so gut. Es war einfach nicht so ein stimmiges Album, finde ich. Und ich finde auch hier einen neuen Track, Everything I Wanted, finde ich besser. Als die meisten Albumtracks, muss ich ehrlich sagen. Und ich fand auch ein paar Tracks davor auch schon besser als die meisten Albumtracks. Also ich fand, das Album kam mir ziemlich dahin gehustelt vor. Was aber auch logisch ist, weil wenn du in deinem Hochteil der Karriere bist, ein Album rausbringst, dann verdienst du dich halt dumm und dämlich. Aber ich fand so all in all einfach das Ding... Das NF-Album fand ich einfach das stärkste Album des Jahres, mit Abstand. Das NF-Album war insane gut. Alright. Love it. Fuck it. Oh wait, it's a grade, sorry. A. I never went to school, I never got grades. Sorry, A plus. That's what I meant. The most important thing right now, though, probably would be... I never went to school, eh. Relatable. My happiness, which I've been experiencing for like the first time in many years lately. Which is really cool. And not that my fans aren't like also the other most important. Uh, hat sie einen Freund? Oder auf was ist das angelehnt? Weiß das jemand, Chad? Ist irgendjemand von euch so Billy-Fan, dass er das weiß? The most important thing in the world. And doing shows is also really important to me and doing crazy shows especially, but... I want to stay happy. That's a big goal for me. Würde mich interessieren. Würde mich voll interessieren. Also halt legit, würde mich richtig, richtig interessieren. Ähm, warum sie jetzt glücklicher ist als damals? Uh, I think I'm less confident, actually. True. I was less confident, for sure. I was definitely not as confident last year as I was before that. But I am for sure a billion times more confident than both of those years. I feel like I'm probably the most confident I've ever been in my life. I guess. I don't know how the fuck. I don't know how it happened, but I guess I am. Uh, yeah, I'm definitely successful. I was thinking about that, like, earlier today. Because of this interview, I was like... Back then, I thought it was, like, the biggest it was ever going to be. And I thought, you know, it was the most I was ever going to be recognized. And it was the most anyone's going to know me. And it was the most money that I would have. The most clothes that I would have, the most shoes that I would have. And what's crazy, it wasn't. Successes. This is crazy. Ich finde, man hat... Es ist so hart, wie sie sich verändert hat. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob ihr das auch merkt, so, aber... Ich finde, sie hat sich so extrem verändert. Das ist insane, was ein Jahr im heutigen Zeitalter mit Jugendlichen macht. Das ist absolut crazy. Ich meine, ich kenne selber so ein Jahr, in dem ich mich so heftig verändert habe. Ich glaube, von 16 auf 17 habe ich mich extrem verändert auch. Von 19 auf 20 habe ich mich extrem verändert. Aber... Ich finde positiv. Ich finde, man merkt, dass sie... Dass sie viel... Mehr im Jetzt lebt, weißt du? Ich finde so, dass man bei den vorherigen Interviews so richtig gemerkt hat, dass sie... So ein Beifahrer in ihrem Leben ist, weißt du? Das, was alles gerade passiert, sie realisiert das nicht. Sie nimmt das nicht auf und sie spürt das nicht, so, weißt du, was ich meine? Und jetzt irgendwie merkt man, sie realisiert das. Und ich weiß auch nicht, was der Auslöser dafür ist, dass sie glücklicher ist, aber man merkt auf jeden Fall, dass sie glücklicher ist. Heftig. Ja, so fucking plus eins, Alter. Alexa, Main aus. Dann kannst du ja gerade mein Licht eingeschalten. Ich kann es nicht mehr stressen. Ich kann nicht glauben, dass Leute so viel interessieren. Nicht mich. Das ist verrückt für mich. Ich könnte sicher sein. Ja, es ist insane, wenn du halt Fans, wenn du so jung bist und Fans hast, die noch jünger sind als du, die können so hart mit dir relaten einfach. Oder halt in derselben Altersgruppe sind, die relaten so hart mit dir. Und ich glaube, das kriegt sie halt auch einfach mit. Also, dass sie einfach so dieser neue Trend ist, diese neue Bewegung in der Jugend weltweit, das ist einfach was, was du nicht verpassen kannst. Und ich glaube, das hat sich halt echt realisiert so. Das war's. Das ist, glaube ich, so eine Phase, wo du das so realisierst, dass du halt einfach, ja, keine Ahnung, also, wenn du so berühmt bist, dass du nicht mehr rausgehen willst. Das ist heftig. Die Frage ist, was für eine Farbe wird es nächstes Jahr sein? Ja, true. 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 And I feel like I can say that now, because I used to hate it. I hated doing press and I hated being recognized and I hated kind of everything that had to do with it. Hat sie einfach zwei Dior Cuban Link Iced Out Chains, nur um Justin zu outflexen? Das ist die eigentliche Frage, die wir uns alle stellen. Fucking gross and horrible and just miserable, but I'm very grateful for it and it's really rare and it's really, I'm very lucky. So I'm so done with complaining about it. I complained about it for so long. Jesus, das ist so eine reife Antwort. Also halt for real. Weil ich glaube, dass du das halt akzeptierst und halt realisierst, dass das halt ein extremes Privileg ist, dass du halt eine berühmte Person bist und dass du das halt nicht verfluchst, wenn du halt irgendwo in öffentlichen Plätzen erkannt wirst oder diese ganzen Nebeneffekte hast. Das macht oft Leute kaputt, die halt viel älter und erfahrener sind und so weiter, wisst ihr, ich meine? An sowas sind Leute wie Avicii oder sowas zerbrochen. Uh, probably that stupid Cheeto head, man. November 6th, there's an election soon. I really hope everyone votes so the world doesn't end. There's an impeachment going on. Honestly, the news is so bad, I can't even... Oh yeah, Beyonce had some twins. And she still looks fly. Kehlani's pregnant. Greta Thunberg, honestly. She's been fucking kicking people's ass. Es get it. That can die, okay? Es get it. It's supposed to be like, let's get it, but like, es get it. Little Pump F. Oh nein. Stop. Oh, that stupid Snapchat filter that's like... I'm kind of over the whole, like, juuling shit. That shit is so ugly. Like, smoking looks cooler than juuling. Ohne scheiß, Alter. Juul ist... ...in Amerika einfach absolut insane. Also wie ich da im Sommer da verbrudere, ist das absolut insane. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, was Juul ist. So eine E-Zigarette, sieht so aus. Und da kannst du einfach so den Geschmack reintun. Und dann kannst du einfach so dran ziehen. Und das ist halt... Du fühlst den Scheiß halt nach wie so Kaugummi oder so. Und dann kannst du es laden mit einem USB. Das ist einfach so... In Amerika hat das jeder. Das ist einfach so groß. Das ist einfach so groß. In Amerika hat das jeder. Weil keiner Bock hat, so einen riesen Vape rumzutragen oder so einen Scheiß. Oder die Leute von dem Vape Liquid sterben, Alter. Jeder raucht das in Amerika. Und der Scheiß kommt zu uns auch schon, Alter. Bei uns in den Clubs landen die Leute auch schon damit rum. Okay. Ich könnte nicht haben eine Beziehung. Das wäre einfach so gemein. Das wäre einfach so gemein. Ich weiß nicht. Ich habe eine Beziehung. Aber es war nicht wirklich exclusiv. Ich weiß nicht, was ich das. Ich liebe Dinge, die sind exclusiv. Das ist so funny. Ich habe keine Beziehung. Ich habe dann nicht. Aber ich bin jetzt. Ich bin jetzt noch gut. Ich bin jetzt noch gut mit allen. Und ich habe so viel Liebe für die Person ich war dann. Oh, Bruder, das wird so was von einem Meme. Oh mein Gott, das wird so was von einem Meme. Scheiße. Oh mein Gott. Das geht ja. Danke für den Reset. Oh, ich werde nie und ich meine wirklich nie. Earls verstehen. Warum muss alles kompliziert sein? Egal, wenn die oder den Satz vor. Bruder, einfach perfektes Timing mit der Message. Danke für den Reset. Für die erste Mal in meinem Leben fühle ich nicht die Neue, um mit jemandem zu sein. Für die erste Mal in meinem Leben. Warte. Ich glaube, wenn du in die Phase von deinem Leben kommst, veränderst du dich am meisten. Keine Ahnung, ob das jemand von euch schon hatte. Also, dass er halt wirklich so in der Phase seines Lebens ist. Das ist genau das, was sie jetzt gerade gesagt hat. Also, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben keine Beziehung bzw. keinen Freund oder jetzt in eurem Fall Freundin haben möchte, mit ihrem eigenen Leben zufrieden ist, sich auf ihr eigenes Leben konzentrieren möchte und kann und das nicht vermisst und nichts vermisst. Ich glaube, wenn man zum allerersten Mal in dieser Situation in seinem Leben kommt, verändert man sich sehr. Ja. Also, ja. Kümmert euch um es selbst, Jungs und Mädels. Kümmert euch um es selbst. Wer einem nicht klarkommt, kommt auch in einer Beziehung nicht klar. Ja. 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 Ich würde gerne das Ketschle von damals sehen. Ähm. Weil sie hat... Sie hat eine Woche... Sie hat einen Monat Pause gemacht vor den ganzen Shows. Bevor sie auf dem Frequency gespielt hat. Also, sie hat den kompletten Juli, hat sie Pause gemacht. Mich würde es interessieren, ob da eigentlich was geplant war und sie das dann alles pausiert hat eben, ähm, weil es ihr schlecht ging. Weil, als wir sie live gesehen haben auf dem Frequency, war das die erste Show, die sie in einem Monat gespielt hat. Also, sie hat dann einen Monat Pause gemacht. Ich würde interessieren, ob das geplant war oder nicht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das geplant war, eine Pause zu machen. Weil wenn du in dem Punkt deiner Karriere bist, dann gibt es keine Pausen. Und das ist entweder du oder dein. Ich will es nicht für sich nehmen. Ich will es nicht für sich nehmen. Ich fahre mich selbst. Auch einige Dinge, die ich heute gesagt habe, fahre mich selbst. Was mache ich? Was sage ich? Was? 40.000 Menschen? Was? Ha, ha, ha. Bist du immer bewusst, dass du etwas machst, das du nicht willst? Ich höre bei Gott, ich kann Menschen so gut lesen. Ich habe genau vor, keine Ahnung, sechs Minuten, also im Video sechs Minuten, habe ich genau das gesagt, dass sie sich so verändert hat. Aber du bist nur einfach, das macht es einfach. Es war das, weil ich es für mich selbst gemacht habe. Und das macht mich wirklich verrückt. Und ich wollte mich nicht so, dass ich es nicht so will. Und ich war einfach. Ich weiß nicht, ich habe wirklich hart gearbeitet. Und ich war wirklich bewusst. Und ich wusste einfach, dass ich zu viel von mir selbst, zu anderen Menschenrechte, und zu anderen Menschenrechte, und zu anderen Menschenrechte. Und ich dachte, du weißt, ich brauche diese Aufmerksamkeit auf mich. Also, ja. Es ist absolut insane, dass sie so eine reflektierte Lebensweise mit 17 Jahren hat. Aber mit 17 war ich ein fucking Vollidiot. Mit 17 war ich einfach nur ein fucking Vollidiot. Fruitville Station. Fruitville Station. Fruitville Station. Fruitville Station. The storyline is so heartbreaking, dude. That shit grabs you and pulls you. Fruitville Station. Ich kann mich in das nicht, denn ich google es sicher jedes Jahr in dem Motto an. Fruitville Station. 2014. 2013. Aha. Ja, schauen wir uns vielleicht mal an. No, this, I can't afford a real chain. They are real. My chains were gifts. I did not buy anything that I'm wearing. I stopped wearing real jewelry. Like real diamonds and stuff. Oh, das ist fake. Justin. Because. A. I'mma break that shit. B. I'mma lose that shit. C. I got other shit to buy. You know what I mean? I like bra- Wenn doch nur jeder, der ein bisschen Geld hat, so denken würde, wird der Welt viel bringen. Green foreshadowing. Black is like the only time I can go through the airport and be part. Yeah. That's cool. Because the airport is normally like basically being at a meet and greet. Ahja. Janek, danke für die 100 Bits. Zuerst chatting, dann später spielen wir was. Also wir reacten grad auf ein paar Videos. Das mit dem schwarz kann ich relaten, weil die meisten Leute ziehen sich schwarz an auf der Welt. But if I'm wearing a black beanie, and a black shirt, and some black pants, and some black shoes, I'm pretty good. I kinda like them all. Like I'm not opposed to anything. Anything. Na? Uh, yep. Yeah. I feel that there is pressure on me, but I don't feel the pressure. You know what I mean? I feel it less now that it's bigger in a way. It's like performing in front of 80.000 people is way easier than performing in front of eight people. I don't know why. I kinda would say the no respect element of the getting recognized. I wanna hug. I wanna talk to somebody and hear how their day went. I don't want a camera shoved in my face. Mhm. It's gotten much worse since then. Excitement makes you be kinda stupid sometimes. I did this show last week where I went down into the crowd and I just did this to all the hands. And somebody grabbed my hand and yanked me so hard. And I had two security guards, two of my security guards, with my hand in one hand, or my arm in one hand and their arm in one hand, literally going like this to try to pull me away. Fuck. And it took a minute to do it. I'm like bending over and I was also singing Ocean Eyes at the same time. I was like... And I... And then when they finally let go, I like fell on top of this... And had her hand on Billie's neck and pulled her in for a hug. What the fuck? Fucking thing. And then somebody stole my ring. Had a better way, thank you for listening. And pulled my ring off. Stole it. Whatever, I expect that. And then I... Leaned back into this one area of all this thing. And then this one girl just went... To me. And I... At first I was like... She probably didn't mean to, cause she kinda went like... This? They're only trying to be loving and... Sometimes it just comes off wrong. That's it. 40. Don't... Post everything you think. Should give it to myself then too. But I do it now. I don't anymore. Yay. That's what I was just saying. Sometimes it's better to just shut the mic out. I would tell... 16 year old me to... To remember who her best friends are. And remember who the people that... Remember her the most are. And not... Throw them away for somebody else. Or for something else. I really hope that I'm not an asshole. Because I'm really afraid that I will be. And I really don't wanna be. You better not be an asshole. Or I will whip your ass. I don't know if I'm an asshole, am I? God, she's... God. God. See, I didn't... Oh my God. I was so bubbly and... Oh my. But what's funny is I wasn't actually in real life. I just was new to interviews and I thought I had to be all like bubbly and cute in interviews. When I watched that when the other one came out last year I was like... I like didn't know I could swear. I was saying like... Freaking... What the heck? What the heck? Laryngitis as heck. Tiring as heck. Am I an asshole? I don't think I'm an asshole. Maybe. I don't know. I performed for a bunch of Jared Leto's friends and Jared Leto in his house. I performed for Leonardo DiCaprio in Jared's big, huge living room. Bieber watched my Coachella set. That's crazy. Mel C, Sporty Spice came to my show. Avril Lavigne came to my show. Tom York came to my show. Dave Grohl's came to my show. Billy Armstrong came to my show. Yeah okay, but the fucking... Coachella is every fucking celebrity, right? Bieber and Hailey. Not that she says Justin. If I saw them, I would have lost my shit. Woah. Lil Wayne. Oh, to perform with Lil Wayne? That's a great answer. Myself. I'm tired of other people. Doing shows with other people is really stressful. Brockhampton. Tierra Whack is sick. My favorite artist is Techno. There isn't one song that I don't like that he puts out. Wait, wait, wait. Who is Techno? I don't know. 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 But I can give me love. Yeah, I can understand. That can give me love. I have to hear more. I have to hear more. But the guy got the biggest shout out ever. Because he is unbeknownst. Gönnung. Every single song that that man puts out, I love. Shouldn't that count as your favorite artist is an artist that puts out music that you only like? You know what I mean? Having the approach that no one's had. Trying to write something no one's written. So stupid. I remember that. Trying to write something no one's ever heard? God, what an idiot. See, that's why I'm still bad at it. Because that's what I was trying to do. Fuck. True. That's so funny. Yep. She's right. Yeah, I still... I'm bad at it. Honestly, I don't know because... My brother's writing all my songs. I kind of have no idea what to expect. Like... I thought I knew... Like last year... I thought I knew what the... What people would like for my album. And I thought I knew like... What would be popular. And I'm so wrong. Bad guy is like the biggest fucking thing ever now. So, wa... Was... Was ist das für eine Aussage so? Sie... Sie dachte, sie weiß, was bei den Leuten ankommt und was popular sein wird. Da finde ich die Aussage... Wer war das nochmal? Wer hat das gesagt? Wer... Warte mal. Das war bei Hot Ones. Aber er sagt halt so nach dem Motto... Fuck the Fans. Die Fans wissen nicht, was sie wollen. Die wussten nicht, dass sie die Beatles mögen, bevor die Beatles da war. Die wussten nicht, dass sie Oasis mögen, bevor Oasis da war. Man sollte einfach die Musik machen, die man selber glaubt, die gut ist. Und wenn die Fans, wenn die Leute das mögen, dann mögen sie es halt. Die wissen nicht, was sie mögen. Weißt du? Es ist das größte Zeitalter des Raps und jemand wie Billie Eilish wird der bekannteste Artist. Das ist ein komplett anderes Genre und es funktioniert trotzdem. Diesen Approach kann man einfach nicht angehen so. Das ist so weird. Ich glaube nicht, dass jemand das gefällt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe fast eine Gefühle, die ich würde sagen, ist mein Favorites. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Die Musikindustrie, Mann. Wir sind alle schade als hell. Alle diese Artikel, wir sind schade als schade, Mann. Werden sie verneint das jetzt? Das ist so annoying. Aber ich habe es nicht. Ich habe es nicht erlebt. Ich glaube, es ist ein schönes Ding. Ich glaube, es ist wirklich schwierig. Und ich glaube, das ist, was die Leute nicht verstehen. Und deswegen wollte ich das dann sagen. Und ja, es war verrückt. Und es ist, wie es immer ist. Aber ich freue mich. Und ich... Ich weiß nicht. Ich freue mich. Ich hoffe so sehr, dass die das mit diesen Interviews weitermachen. Am Anfang des Videos habe ich noch so gesagt. Ja. 2025 haben wir dann 10 Splitscreens. Ich hoffe, wir haben das. Ohne Scheiß. Es ist insane. Oh, ich will einfach alles machen. Ich will, was ich kreieren möchte. Wenn ich es kreieren möchte, dann wird es verändern. Ich werde das nicht machen. Das ist das Wichtigste. Das ist alles ganz. Was ich. Ich habe mich nicht immer wieder zu sagen. Ich werde mich tun, was ich jetzt wuerst. Ich werde das jetzt. Das ist was ich diese Zeit. Das ist das, was ich mache. Das ist, was ich und ich dazworte und das andere. Das ist wirklich für alle Musiker. Das ist, was ich habe. Oder die Dinge, die ich geschrieben habe. Aber du hast, was ich gemacht. Aber du hast, was ich habe. Ich war 13. Das war dann. Und dann, ich war 14. Das war dann. Dann, ich habe dann, habe ich geschrieben. Ich habe 2025 gesagt, du Taubenus. Oh god, hell yeah. Damn, articulate. She stated it perfectly, dude. She put it better than I could have put it. I mean, the thing is that the ones that annoy me are the ones that are pretty true. Like my voice is really soft and it's not belty and shit. And that people think that I whisper in all my songs. And I do in a couple songs, but I feel like people just say that when they heard one fucking song. Like listen to Wish You Were Gay, a bitch belting. And my belt is not even close to a fucking Adele belt. Adele is like a literal god. But it's just different. You don't have to be shouting to be good at singing. My brother is my best friend. My brother is my best friend. My brother is my best friend. My best friend is Phineas, but he is also my brother. Instagram. Probably Instagram. Instagram has been hurting my feelings lately. I really see everything, but that's the problem is that I see everything. So then I see everything I don't want to see. And you know, it's just this fucking thing in my brain. So lately I don't like looking at it. A fan brought me a notebook filled with huge like letters from my fans to me, all from different people. And it's like tons of pages. It's incredible. People throw a lot of things at me on stage. I've been throwing, you know, bras, avocados, the girl gave me this huge like stuffed bloche that she made with this like velvet material and I have been sleeping with it for a week now. It's so embarrassing. I wasn't going to tell anyone that. It's really cozy though, but the other day I was lying in bed thinking like what if she put a camera in this thing, it's really hard to talk about my life and have it not sound like I'm bragging. I said that today too. My nose is so cute in that, sorry, I just look at that nose like a little button. Sometimes I'll catch myself in a conversation with someone acting like I'm in an interview and in interviews, you're trained to talk about yourself and not ask the other person about themselves. And so I'll catch myself in conversations where I'm like, shit, like I'm not, I'm being interviewed. I'm acting like I'm being interviewed instead of. I'm acting like I'm being interviewed instead of. I'm acting like I'm talking to a human being and I think some artists and celebrities haven't even learned that and still just do that. And people I love do that, that I've met, where they just, they're trained to talk like they're in an interview and that's normal, but it's like we forget that we're not though. Yeah, the first year I was like, you better know how to drive, right? And didn't I say, oh no, I saw this part recently, it was like, you better know how to drive. Yikes. Because I've been putting off driver's ed because that stuff stinks. I hate that stuff. I hate that stuff. Ew. That stuff stinks. Why didn't I say that shit sucks? Like I could have said that, that fucking sucks. That stuff stinks. Oh my God. It's so great. Jeez. Hey Billy, a year ago, you have your dream car. Can you believe it? No, you can't. But you can though, because it's your car now. It was a Dodge Challenger, Matt Black. Ooh, falter. Actually, literally two months. Ooh, falter. Fucking sickes Auto. Damn. Months from today is my birthday. So, two months after that day, I got my dream car and I cried for about three hours. You better have a Lamborghini. Like why not buy it right now? Mom moment, please. This is my mom. She is sick as a booty. I don't mind. I can stay here that long. I love it. I love it too. Next year, I hope you're very, very happy. And that your happiness you have this year continues and only grows. Aww. You have everything you want in life. And you help change the world for the better. Mom is definitely going to help change the world more than I am. Crazy, Alter. Ich freue mich richtig, richtig auf das Video. Nächstes Jahr, muss ich ehrlich sagen. Prediction, was für eine Haarfarbe sie dann hat, Chad? Rot? Nee. Auf gar keinen Fall rot. Ich sag schwarz.